Nun ist es endlich soweit, ein großer Moment steht bevor. Zum ersten Mal heißt es, die AIDA Perla ist Segler- und reisetüchtig sowie bereit zum Auslaufen und wir werden nun in wenigen Minuten unsere Line loswerfen und uns auf den Weg machen in Richtung Palma de Mallorca, wo ja die Taufe und die Taufpatin schon auf uns warten. Musik Untertitelung des ZDF, 2020